Geschenkidee von und mit Heimat verliebt Nummer 9 Wuhu, was für ein aufregender Tag gestern mit dem Start der Crowdfunding-Kampagne auf Startnext. Die läuft ja jetzt noch bis zum 7.12., aber heute möchten wir dir einen Tipp mitgeben, wo du wieder mal was für den Gaumen verschenken kannst. Und zwar hatten wir in der Podcast-Episode 29 den Thomas Heiling im Interview und er ist der Vorsitzende von einem Netzwerk für den regionalen Genuss bei uns hier in Baden-Württemberg, nämlich vom Netzwerk Schmeckt den Süden. Und in diesem Netzwerk haben sich über 300 Betriebe zusammengeschlossen, die alle Wert darauf legen, regionale Produkte zu verarbeiten und ihren Gästen dann auf dem Teller zu servieren. Und das ist eine richtig tolle Sache. Es ist eine Vereinigung von DEHOGA Baden-Württemberg mit Unterstützung vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Und es gibt verschiedene Level, wo dann die Gastronomen an dem Netzwerk teilnehmen können. Und du erkennst, welches Level der Gastronom hat an dem Sticker, der dann draußen an der Tür ist von der Gaststätte und da ist entweder ein Löwe drauf, zwei Löwen oder drei Löwen. Und je nachdem, welche Löwe oder wie viele Löwen da dran sind, dann erkennst du halt zum einen, dass dieser Gastronom Mitglied vom Schmeckt den Süden Netzwerk ist und wie viele heimische Produkte er auf der Karte hat. Hat er ein Löwe draußen dran, dann müssen mindestens drei Essen auf seiner Karte aus heimischen Produkten bestehen. Bei zwei Löwen ist die Auflage höher und bei drei Löwen muss er 90% aller Produkte aus Baden-Württemberg beziehen. Er muss Mitglied sein im Haus der Baden-Württemberger Weine und sein Team muss die Standards von Servicequalität Deutschland erfüllen. Also wenn du zu einer Gaststätte gehst, die mit den drei Löwen gekennzeichnet ist, dann weißt du, du bist in einem richtig guten Lokal, wo es sehr, sehr viel einheimische Produkte gibt. Und was wir uns immer im Hinterkopf behalten sollten, das hat uns auch der Thomas erzählt, es gibt halt einfach Sachen, die kann man nicht in Baden-Württemberg anbauen, sowas wie Zitronen oder Gewürze wie Curry zum Beispiel, das gibt es hier einfach nicht. Aber man kann sehr, sehr, sehr viel hier lokal beziehen von lokalen Herstellern, von lokalen Händlern und muss nicht die Dinge immer von weit her importieren. Also wenn du hier zum Beispiel Fisch auf der Karte findest und der kommt vom Forellenhof Rössle, dann ist das auf jeden Fall was Einheimisches. Oder du hast Eier vom Hofgut Mauren aus Eningen oder Öl aus der Ölmühle in Ditzing oder Spargel von Hermann Hiller aus Bohndorf oder Säfte von Feinger, Wasser von Thainacher, Bier von der Schönbuchbrauerei und da könnte ich noch ewig so weitermachen. Also es gibt bei uns hier im Ländle so viele, viele tolle Hersteller von regionalen Produkten und in dem Netzwerk Schmeck den Süden sind Gastronomen vereint, die diese Produkte auf der Speisekarte haben. Und wenn du das Geschmackserlebnis verschenken möchtest, dann kannst du über die Seite von Schmeck den Süden in den Online-Shop gelangen. Der heißt Eat Me mit zweimal E am Anfang und zweimal E am Ende und dort gibt es Gutscheine zu verschenken. Die heißen Schmeck den Süden Gutschein, die gibt es im Wert von 25, 50 und 100 Euro und die kann dann der Beschenkte in 145 Restaurants einlösen. Also du musst nicht ein Restaurant auswählen und von dort dann den Gutschein besorgen, sondern du kannst dir diesen Gutschein holen und dann kann derjenige das selber aussuchen. Der Forellenhof Rössel ist da zum Beispiel auch dabei, das Gasthaus Krone in Altbullach, das Schwarzwaldhotel Tanne in Bajosbronn-Tanne, das Kurhaus in Bad Dürrheim, das Jägerhaus in Heilbronn, Stuttgarter Steffele in Stuttgart und wie gesagt 145 an der Zahl Restaurants, wo dieser Gutschein dann einzulösen ist. Und wenn du noch ein bisschen mehr Ideen haben willst, was sich so hinter Schmeck den Süden verbirgt, dann hör auf jeden Fall nochmal in die Podcast-Episode mit dem Thomas rein oder geh auch beim Thomas Heiligen selber vorbei, der macht richtig leckere Burger, die durften wir bei der Eröffnung vom Schönbruchturm probieren. Also was für Feinschmecker. Und wenn das nicht der richtige Tipp ist und du lieber auf Amazon was shoppen möchtest, dann geh bitte über unsere Website, klick dort auf Amazon unter Ausrüstung und so bekommen wir eine kleine Provision für das, was du dir dann dort besorgst. Und es geht übrigens nicht nur um die Weihnachtszeit, sondern diesen Knopf gibt es immer auf unserer Website. Also wäre super, wenn du an uns denkst, wenn du mal wieder irgendwas shoppen möchtest. Und jetzt wünsche ich mir dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns heute Abend wieder 18 Uhr auf Facebook im Livestream und quatschen nochmal über Schmeck den Süden und beantworten dir auch gerne noch alle Fragen, die du zu unserer Crowdfunding-Kampagne auf Startnext hast. Und dann wünsche ich mir dir einen schönen Tag. Und dann wünsche ich mir dir einen schönen Tag.